Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Prüfungsvorbereitungstutorial für Industriekaufleute. Mein Name ist Jens Beyer und in diesem Video stelle ich Ihnen eine KSK-Aufgabe aus dem Winter 2013 vor. Ja, schauen wir gleich in die Aufgabe rein. Hier oben bei der Herstellung von Schwingungsdämpfern haben Sie nunmehr mit dem Maschinenstundensatz kalkuliert. Da weiß man schon mal, wo die Reise hingeht. Die Fertigungskosten für einen Auftrag betragen 7.720. Insgesamt darin enthalten sind neben den Maschinenkosten, das sind die eigentlichen Maschinenstundenkosten mit den Variablen und fixen Bestandteilen. Daneben sind Fertigungslöhne und Restgemeinkosten noch enthalten. Das ist ja immer, wenn Sie sich erinnern, neben den maschinenabhängigen Kosten sind das die maschinenunabhängigen Kosten in der Fertigungshauptkostenstelle, wo nach wie vor die Gemeinkosten in Abhängigkeit von den Fertigungslöhnen berechnet werden. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Wir gucken, was gegeben ist. Wir wissen zum Beispiel die Gesamtsumme der Kosten in dieser Kostenstelle. Das sind die 7.720. Das ist praktisch die Summe von den drei Positionen. Wir wissen weiterhin, dass die Restgemeinkosten 70% bezogen zu den Fertigungslöhnen darstellen. Das muss man dann ausrechnen. Das ist nicht so schwer, weil die Fertigungslöhne sind ja gegeben. Das sind die 3.800. Wenn ich das mal 0,7 nehme, komme ich auf 2.660. Wenn ich die beiden Positionen dann abziehe, bleiben noch 1.260 Euro übrig für die Maschinenkosten. Das ist jetzt völlig egal, variabel oder fixe Bestandteile ist jetzt hier nicht gefragt, sondern hier geht es ja nur darum, wie hoch ist der Maschinenstundensatz. Hier ist die Frage, hier oben, wenn die Anlage 3 Stunden gelaufen ist. Naja, die Kosten hier spielen dafür keine Rolle, aber eben diese. Das heißt, ich verteile die 1.260 einfach auf die 3 Stunden und dann habe ich 420 Euro pro Stunde. Und das kostet mich der Einsatz dieser Maschine für die Herstellung von den Schwingungsdämpfern. Tja, und schon ist die Aufgabe gelöst. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit ein bisschen weiterhelfen. Und da gibt es einige ähnliche Aufgaben, die man so in der Art lösen kann. Deswegen können Sie sich dann auch an dieses Schema erinnern. Ja, ich wünsche weiterhin viel Spaß bei der Prüfungsvorbereitung. Ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Prüfungsvorbereitung.